So, der Oliver ist nach Hause gekommen und hat gesagt, ich sehe aus wie ein Seeräuber. Ich weiß nicht wieso. Er hat gesagt, ich laufe so herum, genau wie ein Seeräuber mit meinen Hosen. Oh, die sind jetzt, die sollten dazu machen. Das sind aber ganz coole Hosen mit, ich mag sie so gern, aber sie sind ein bisschen zu weit und ich habe nichts für den Gürtel. Deshalb fliegen sie ein bisschen runter und er hat gesagt, es sieht ganz cool aus. Wie ein Räuber, Mama. Engel haben Himmelslieden auf den Felden angestimmt. Ich schau halt von Böge wieder, das sind die den Orfen im Tegmen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Das machen ja die Jungs. Hinten. Ganz, ganz weit unten hängen die Hosen. Und man sieht so anfangs vom Popo und dann meistens so ein paar Unterhöschen, wo so schön am Morgen drauf ist. Sicher hält das jetzt nicht an. Also so machen die Jungs. Aber die Jungs sind jetzt nicht so. 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 Eine junge Frau vielleicht, da kann ich vielleicht so machen, aber sonst ist es sehr cool. Ich mag es jetzt ein bisschen mit Diskosen, fühle mich da sehr wohl, ich nenne, das bin ich. Tschüss! Menschen Frieden, diesen guten Willen sehn. Freude wurde uns beschieden durch ein doch neugeborens Kind. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Heute ist Lucia, zwölf der. Tschüss! Ich finde, ich bin froh. Das ist von der U-Serie. Ich bin froh. Das ist von der U-Serie HFL profundet von Richard육er. Dafür okay! denn das ist hier doch du mit dem Krieger. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020